Im Badehaus kann man Geschichte wie im Zeitraffer erleben. Von der Nazizeit über den Todesmarsch, die jüdische DP-Zeit, die Zeit der Heimatvertriebenen bis hin zur aktuellen Migration und das alles an einem authentischen Ort. Das ist das Besondere hier. Und dann ist es aber passiert, dass Gerüchte aufgekommen sind, dass das Badehaus abgerissen wird. Man hat es damals gar nicht glauben können. Ich habe damals eben zur Sibylle gesagt, wir müssen jetzt etwas tun. Und wir haben damals natürlich nicht gewusst, was das für ein langer Weg wird. Also das war 2012. Es wurde durchaus auch kritisch oder zumindest mit Distanz in der Bevölkerung gesehen. Mensch, was kommt denn da, was soll denn da alles gemacht werden? Es ging auch mit unserem Nutzungskonzept darum, auch an jüdische Geschichte erinnern wollten. Und auch an die Nazizeit. Und das hat nicht allen gefallen. Man merkt einfach, dass hier so viel Herzblut drinsteckt. Es ist auch so, dass ich es jedem einfach weiterempfehlen könnte. Im Badehaus steckt ein Schatz voller Geschichten, die von Hoffnung und Verzweiflung, von Vernichtung und von Neuanfang erzählen. Und dieser Schatz ist noch überhaupt nicht allgemein bekannt und kann hier entdeckt werden.